Ne, der ist nicht über die Treppe, der ist über das Rolltor reingekommen. Ne, nein. Über deine Treppe hinten? Der ist über meine Treppe hochgekommen, weil der andere hatte sich unten versteckt. Dann habe ich auf den einen Typen geschossen, der dann am Rolltor stand. Der hat mich getroffen, ich habe den aber auch getroffen. Aber der hatte Blutungsmunition drin und deswegen musste ich mich heilen. Weil ich hatte ja nur noch den halben Strich. Ja, ja, ich habe es gesehen. Und dann ist der hochgelaufen, die Treppe hochgelaufen und hat mich geholt. Okay. Ich dachte, das wäre dasselbe gewesen vom Aussehen her. Nein, nein. Nein, das war ein anderer. Der hat vorzuholen, die Treppe hochzukommen. Das war ja der, wo du gesagt hast, der blutet gerade. Ja, 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 genau. Und da bin ich ja zur Treppe gelaufen, aber da musste ich nachladen und da war der schon unten verschwunden. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wo der andere ist, weißt du? Ja. Nicht, da ich unten in die beiden reingelaufen wäre. Läufst du zum normalen Clou, dann hole ich den Kroko-Clou. Okay. Du bist nicht da. Bin ich wieder weg. Ja, du bist nicht da. Ich stelle es auch gerade fest. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich verstehe es nicht, du verstehe es nicht. Punkt. Okay, ich habe nichts dagegen, wenn du beide willst. Sühn von Kohleunternehmen ist er. Der Kroko. Echt? Ja, ich hatte den einen, habe ich ja auch getroffen. Aber der ist ja dann... Ah, ich habe noch einen Kroko-Clou, da gehe ich jetzt hin. Noch einen? Okay, der ist aber sehr weit Land einwärts. Aber was halt interessant war, dass der eine, der größte, wo du sitzt... Ja. Und der konnte das gar nicht wissen. Also der muss, äh, Wallhack angehabt haben. Und dann auch, äh, genau zwischen uns die, ähm, Granate zu werfen. Da gibt Granate. Mhm. Ja, der hatte genau auf den, äh, Dings, wo die Leiche von dem, Dings lag, ne? Von dem, von dem, äh, von dem Endgegner, ne? Ja, ja. Ja, stimmt schon. War auch interessant, weil, woher wusste er das, ne? Dass wir soweit getrennt sind. Ne, dass, dass da der Endgegner ist. So exakt. Okay, aber gleich ist das noch drin. Äh, von wo kann ich jetzt kommen? Versuch mal zu dir zu kommen. Ja, komm einfach zu mir. Ähm, hier ist auch der nächste Clou, also von da her. Na gut, rechts von mir ist auch egal, Geschoss. Mhm. Also könnte da sein, wo der Koko ist. Ah, Hühner. Mhm, Schoss. Ich hab wieder alles. Okay, Musik. Also Geflügel ist Bound Team Jetzt im Westen Ich bin jetzt auf der Brücke Ich mach mal langsam, dass du mich einholen kannst In der Nähe von mir sind Schüsse Also wie gesagt, die rechts, die könnten da sein, wo der Kroko ist Die Linke sind auf jeden Fall ein Fall zwischen zwei Parteien Ist auf jeden Fall sehr nah dran Noch ein Krokoklou Schaut auf, hier ist ein Krähen Oh, rot Ich bin beim Krokoklou hier Ist aber rot Da sehe ich Ich habe hier eine ziemlich schlechte Position Ich tue mal so, als ob ich weglaufe Also nicht wundern Also nicht wundern Dann läuft sie auf mich zu Weiß ich, ich muss ja irgendwas machen Damit der Abgelenkt ist von mir Lauf an dir vorbei Nicht wundern Der soll denken, ich lauf weg Der Krokoklou ist hinter uns Der Krokoklou ist hinter uns Da ist der Krokoklou Da ist der Krokoklou Okay Da war auch der Typ Hast du was gesehen? Ich meine, ich hätte was schwarzes gesehen Da ist auch Soll ich schießen? Ja klar Frag doch nicht Ich muss leider näher gehen Ein Pferd Kommt auf uns zu Pingen nochmal an, wo er ist Ungefähr Da hinten Genau an der Treppe war der gerade Weil hier ist ein Pferd Da oben Der nicht mehr Da ist irgendwo vor mir läuft Da Wir sehen nicht Zwei Mann höre ich aber Einen weiter rechts Einen weiter links Einen weiter links Hinter den Hügel Pfff Bewegt mich jetzt da links rüber Ich bin leer geschossen, ich habe nichts mehr Ja Okay, super Hast du beide? Ja, ja, ich habe den einen Du hast den anderen Ich habe jetzt gezirkelt Einfach nur um auszuweichen Hier liegt der andere Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, klar Ist doch immer rot Ich stehe mich wieder nach hinten zurück So wie eben Hat mich getroffen Von der anderen Seite Was ist das? Von der Brücke aus Ja Ich sehe aber nichts Ich gehe mal ins Gebäude rein hier Ja Ja, wir haben das Hauptbauen Direkt hier nebenan Deswegen Ich hätte zumal Das war das Team Was im Hauptbauen Die Sitz hat dich beschossen Weil der Schuss der Kampf war ziemlich weit weg Macht aber keinen Sinn den Koko zu machen Wenn das andere Bounty jetzt fast Durch ist, weißt du? Na ja, weiß ich Dann lieber warten Na ja Er ist quasi gleich hinter dir oben am Baum Ja Die können ja Süden raus Die müssen ja hier nicht lang Ja, hoffen wir Ja Die werden gar nicht wissen Dass der Koko hier ist Aber wir wissen, dass wir hier sind Ja, wir belegen Den Ausgängen Den kürzeren Ausgängen Den blockieren wir, ne? Einer läuft raus Ja, einer scheint raus zu laufen, ja Rot 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 Beide sind raus, ja Ich weiß, ich hab vier Runde Ich weiß, ich hab vier Runde Ja Dann werden sie jetzt wissen, dass der Koko hier ist Wenn sie sich benutzt haben Da sind ab Also die scheinen Ich würde sagen, irgendwo da in diese Anhöhe, wo die Bäume stehen werden sie sein Gehen sie aber wieder zurück Gehen sie aber wieder zurück Ahja, haben sie sich wieder zurückgezogen Ja, sieht so aus, ob sie jetzt Süden gehen Moment, wir machen noch eine Sekunde, bis sie noch was weiter weg sind, dann machen wir den Koko Niko ist weiß Niko ist weiß Ja, wir fahren am nächsten Compound, können langsam runter Wie mein ich hätte ich das Pferd gehört? So, sind beim nächsten Compound Wo wir weiter haben sind? So Wir sind am nächsten Compound und gehen weiter Süden Die stören uns nicht Ne, die nicht Wieso ist der wieder rot? Ne Ne, roten Ne, roten Bevor viele haben sie aber nicht, oder? Und da soll ich die Pampe nehmen? Kannst du nehmen, klar Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hätte ich was gehört, muss aber nicht sein. Nix. Ich glaube da oben sind Vögel. Da war ein Vögel. Vielleicht haben sie gefügelt. Da war ein Ast. Da war ein Ast. Oh, Fett ist schon tot. Sind wir wahrscheinlich von da gestartet oder haben wir zufällig gefunden? Mh, kann sein. Wird ja passen. Ist nix. Können zum Ziel. Ah, zu spät. Wer hat er? Wer sind unsere? So. Zwei Kills. Roundy raus. War nur eins. Aber besser als keins. Mhm. So. Zwei Kills. War nur eins, aber besser als keins. War nur eins. Nix. Yes. rücker eingabe zum start ja verbindung soll da wie viel geschlagen war ja das war ja die runde wurde eingestiegen ist ja aber bei mir steckt drücke eingabe keine ahnung jetzt komme ich immer wieder in so einem frontbild fein starte mal neu